Einmal muss er noch spektakulär sagen. Das ist spektakulär. Was wir hier sehen, ein bisschen, was wir hier sehen werden, ist auch das Wort spektakulär. Es ist nämlich auch eine Dame aus der Schweiz. Man merkt es ihrem Namen nicht an und man merkt auch der Tatsache, was sie treibt, nicht an, dass sie Schweizerin ist, denn das würde eigentlich auf Spanierin tippen. Hier ist Nina Corti mit einem Aussteller aus ihrem Programm Flamenco 88. Auf Wiedersehen. Allein! 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 Du ne me ables mi merda madre Por que me salen bien los colores Y yo soy gitanito bueno Y no siento yo la morir Allein! Allein! Du ne me ables mi carne Y no siento yo la morir Hey! Allein! 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 Vielen Dank. Vielen Dank.